Eva-Maria Holzleitner, oder Evi. 24. Aktuell Masterstudentin der Sozialwirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Welsstadt, mit Öl geschrieben am besten, Wels. Freunde, Familie und gemütlich. Ripperl. Festivalwiese. Schneller reden, wenn es notwendig ist. Schneller reden, wenn es nicht notwendig ist. Das wird jetzt nicht so viele Leute was sagen, ist ein bisschen mehr in die Metal-Richtung. We butter the bread with butter. Facebook und Instagram. Weil die vier Grundwerte der Sozialdemokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität, einfach extrem, also ich finde die einfach extrem super. Und ich glaube, dass sie einfach für das gute gesellschaftliche Zusammenleben auch wichtig und richtig sind. Da fällt mir konkret ein, das Schulfach politische Bildung in allen Schultypen. Ich habe das bei vielen Diskussionen mitgekriegt, dass eigentlich die Mehrheit der Parteien dafür ist. Und deswegen glaube ich, das ist etwas, was man sehr schnell und gut umsetzen kann und auch schon sehr bald umsetzen kann. Und das war wichtig für unsere Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.